Also schön, das Meeting ist hiermit offiziell eröffnet. Lasst uns unseren Eid leisten. Ich bin ein Lieberhai und keine hirnlose Fressmaschine. Wenn ich etwas an meinem schlechten Image ändern will, muss ich mich zuerst selber ändern. Fische sind Freunde, kein Futter. Außer die linken Delfine. Delfine, genau. Die meinen, die sind so süß. Bruch, krass, oder? Bin ich so voll kluger Knutschdelvonf und süß, oder? Auf der heutigen Tagesordnung steht Schritt 5. Bring einen Fischfreund mit. Habt ihr einen Freund dabei? Am Start. Hallo. Und du, Hart? Krass. Ich glaube, meinen Freund, den habe ich vercheckt. Halb so schlimm, Hart. Ich hatte schon geahnt, dass das schwer für dich wird. Nimm einen von meinen Freunden. Merci, Bruder. Weißt schon, bin ich hart, aber herzlich.